und heute geht es mal wieder so ein bisschen um hausautomatisierung insbesondere wenn es darum geht home assistant mit solchen esp-controllern zu versehen das heißt also hauptsächlich der esp 8266 oder die esp 32 serien mit dem kanal hier schon ein bisschen länger folgt der wird wissen dass ich diese sachen schon häufiger kombiniert habe üblicherweise mit einer eigenen firmware die auf dem esp läuft eventuell wenn es irgendwelche fertigen switches sind auch mal in tasmota das sind so die beiden extreme die ich nutze tasmota als fertige software aduino software wenn ich flexibilität möchte es gibt aber noch einen zwischenschritt der immer wieder in den kommentaren erwähnt wurde also gucken wir uns das ganze heute mal an das ist nämlich esp home ja esp home könnte man sozusagen als docker unter den firmwares für home assistant und es bezeichnen im sinne von ja esp home ist nichts was man programmiert und auch nichts was man in der grafischen oberfläche zusammen klickt sondern bei esp home basiert quasi das ganze was der controller macht auf einer konfigurations datei das ganze läuft wie wir hier sehen können auf esp 8266 esp 32 und dem rp 2040 das ist diesen raspberry pi mikrocontroller und hier oben sehen auch schon grob wie das ganze aussieht man kann nämlich einfach sagen okay ich hätte gerne sensor von der plattform dht an pin d2 und temperatur soll temperatur heißen humidity soll humidity heißen und am ende kommt das dann im home assistant genauso raus wir haben temperature und humidity automatisch da drin mehr oder weniger der vorteil gegenüber tasmota ist dass das ganze hier etwas flexibler ist sehen hier unten bei den core komponenten und so weiter da ist eine menge zeug dabei was direkt unterstützt wird das heißt also man kann sich seine ganzen sensoren aktoren alles selber zusammenbauen und muss nicht darauf vertrauen dass die daten dafür schon fertig in der binary sind und sich in der grafischen oberfläche auswählen lassen nachteil gegenüber von tasmota ist natürlich man hat keine grafische oberfläche sondern muss es wirklich hier eine konfig datei reinschreiben und der nachteil gegenüber einer eigengebauten firmware man ist darauf angewiesen dass die codes die da sind schon funktionieren und wenn sie das nicht tun haben wieder einen zusätzlichen layer dazwischen das heißt also noch ein layer mehr der beim debugging stören kann na gut gucken wir mal da rein wie wir das ganze installieren und nutzen können in dem fall hier mit dem esp 32 und installation kommt ganz darauf an wie man das nutzen möchte wenn ihr bereits home assistant in der ich glaube es war die docker variante oder dieses home assistant os auf jeden fall irgendwie benutzt dann könnt ihr das ganze über den erweiterung store einfach direkt rein installieren dann ist das fertig drin ich habe das nicht ich habe home assistant hier separat das heißt ich installiere das dann hier einmal per hand ist jetzt auch keine so große sache und im zweifelsfall hier gibt es halt die anleitung wie man das bei home assistant macht über diesen addon store aber wie gesagt einmal per hand das geht per docker man kann es auch sein lassen machen wir das ganze einmal hier fertig also fangen wir an ich habe hier schon mal einen esp home ordner angelegt und ich mache solche sachen gerne in einem virtuellen environment einfach dass mein system sich nicht mit dem beißt was ich jetzt installiere das geht bei python relativ einfach wir sagen einfach python minus mvn für virtual environment und sagen den ordner wo es hin soll punkt heißt jetzt hier der aktuelle ordner wo ich bin dauert dann kleinen moment der legt alles nötige an und jetzt haben wir hier abgeschotteten bereich wo wir arbeiten können ohne dass wir unser haupt system irgendwie kaputt machen damit zum aktivieren des bereichs punkt leer bin schräger activate und jetzt sehen wir hier vorne steht esp home drin weil das der ordner name ist jetzt sind wir in unserem virtuellen zeugs hier und können loslegen zum installieren können wir jetzt einfach sagen pip install esp home das wird automatisch jetzt runtergeladen alle erweiterungen die wir benötigen werden runtergeladen und dann auch installiert und wir sehen jetzt hier ist fertig ist wieder auf die konsole gesprungen gibt wo neues pip das können wir jetzt hier mal ignorieren und was wir jetzt machen können sind zwei sachen wir können es entweder komplett auf der konsole benutzen oder wir können es mit der web oberfläche benutzen was im prinzip auch nur ein online editor ist aber ein bisschen angenehmer zu bedienen wenn ihr guis mögt ich werde hauptsächlich euch jetzt die web oberfläche zeigen aber nachher auch mal kurz auf die konsole gucken ist im prinzip dasselbe nur mit text befehl so eine sache brauchen wir noch nämlich einen ort wo wir unsere konfiguration speichern ich werde jetzt hier einfach mal in ordner noch konfig reinmachen dann da rein speichern und damit können wir dann loslegen um das zu tun können wir einfach mal esp home sagen wenn wir das enter machen dann sehen wir hier schon wir brauchen ein command in der hilfe steht dann auch alles was es gibt wir können konfiguration prüfen wir können kompilieren wir können hochladen logs angucken können schauen was für geräte schon erkannt worden run ist im prinzip alles was wir oben haben also prüfen kompilieren hochladen in einem es gibt ein wizard wenn man das anlegen möchte paar sachen für mqtt was für uns aber interessant ist ist er das dashboard also mal help dashboard ok dashboard help machen das so rum und hier sehen wir was wir da machen können wir können einmal des konfigurationsverzeichnis angeben das ist notwendig optional können wir noch benutzer name passwort machen wenn man das da ein bisschen zusätzlich schützen möchte für mich ist es jetzt erst mal egal das hier ist nur eine test installation also esp home dashboard und wir wollen das ganze in konfig speichern einmal enter das war's schon hier steht schon listening on 0 0 0 0 0 6 0 5 2 das heißt auf dem port 6 0 5 2 haben wir jetzt unser dashboard was heißt denn dashboard na gehen wir mal rüber und so sieht das ganze dann aus wenn wir es im browser aufmachen nicht viel werben logo update all secrets suche und großer button new device ok da wir noch nichts haben würde ich mal sagen wir machen mal was neues und was wir jetzt hier eingeben müssen sind drei sachen ein name und unsere wlan zugangsdaten logischerweise also hier test esp 32 geben ein network name an und klicken next so jetzt sagt er hier ok wir können jetzt die configuration machen connect your esp 8266 oder esp 32 mit dem usb kabel und klick auf connect ich werde das jetzt mal skippen weil können wir gleich immer noch machen können jetzt hier sagen welcher device typ das hier ist ein was ist das esp 32 room und last but not least bekommen wir hier dann noch ein encryption key kann man sich mal weg kopieren kann man auch jederzeit noch mal nachgucken so auch hier wieder skip und so sieht das ganze jetzt aus das hier ist jetzt ein gerät mehrere hätte hätte man mehrere von den kacheln und wir sehen jetzt hier schon ein paar informationen zum einen sehen wir das gerät ist gerade offline ja das liegt hier ohne kabel und ist noch nicht installiert kommt hin wir haben einen editier button einen uns logs anzugucken was allerdings eher nur klappt wenn das ding online ist und bei den punkten haben wir dann noch mal hier der konfiguration prüfen installieren den ap key den wir eben hatten noch mal anzeigen lassen die konfiguration können wir runterladen rename und einmal aufräumen und löschen ok soweit so gut was können wir jetzt machen wir können hauptsächlich editieren da sehen wir schon wie das aktuell hier aussieht wir haben nämlich hier eine sogenannte yaml datei im prinzip also eine verschachtelte datei wo namen und werte aufgenommen werden wichtig dabei ist immer auf die einrückung zu achten die bestimmt nämlich was wozu gehört wenn wir hier gucken es gibt einen abschnitt esp home und dann gehören hier die beiden weil sie eingerückt sind dazu nämlich die variable name hat den text test esp 32 der friendly name hat das hier und genau so wird das ja aufgebaut wenn sie unten gucken das wort ist esp 32 def das ist noch nicht ganz das was ich haben möchte framework arduino ok wir haben ein logger aktiv das heißt wir können blogs uns angucken wir haben die home assistant ap aktiv das hat mit diesem encryption key zu tun der uns jetzt schon mehrfach an den kopf geworfen wurde denn home assistant ist somit das hauptziel von diesem esp home das ist speziell mehr oder weniger für home assistant gedacht heißt dann natürlich auch wenn wir hier ein key haben und encryption stehen haben ja die datenverbindung zwischen eurem home assistant und diesem ding hier die ist so ein bisschen verschlüsselt das ist natürlich schon mal besser als viele mqtt sachen wo halt einfach ruhe daten durch die gegend geschickt werden außerdem gibt es hier ein passwort für ota also over the air updates damit kann man dann später über das wlan die konfiguration oder die software darauf aktualisieren und last but not least gibt es hier noch den abschnitt wifi da steht einmal unsere ssid und passwort drin also fast hier steht nur es gibt ein secret wifi ssid und secret wifi password das kann man sehen wenn man auf dem dashboard hier oben in die secrets rein guckt vorteil die sind halt zentral gespeichert das heißt wenn wir jetzt das nächste gerät anlegen werden wir nicht mehr nach den wlan zugangsdaten gefragt weil die gibt es ja schon die würde er dann für alle automatisch übernehmen und wenn man mal sein wlan passwort ändert macht man das an der einen stelle und kann das dann ausrollen wenn irgendwas schief geht gibt es auch noch diesen abschnitt hier den fallback hotspot das heißt also wenn der sich nicht innerhalb von einer sinnvollen zeit zu eurem wlan verbinden kann dann würde er automatisch selber ein wlan aufmachen mit diesem namen hier es gibt dann auch ein passwort dazu wenn man sich dahin verbindet dann käme man aufs captive portal wo man dann die wlan zugangsdaten einstellen kann das ist zum beispiel relativ sinnvoll wenn hier sowas an der stelle verbaut ist wo man nicht wirklich dran kommen kann wenn man da unfug baut und sich das wlan kaputt macht kann man wenigstens noch hin laufen und dann gerade übers wlan was dann lokal verfügbar ist die daten wieder korrigieren oder eine neue firmware auch spielen und so dann dafür sorgen dass man nicht das ding daraus operieren muss ist ganz praktisch das ganze hier das ist halt jetzt die konfiguration für diesen einen esp 32 der test heißt wenn wir die darauf spielen macht die aber nicht vier ok sie würde eine verbindung zu unserem home assistant herstellen da würden wir das auch sehen aber wir haben keine sensoren wir haben keine aktoren ist also eher ungünstig heißt also wir wollen eine konfiguration machen dazu gehe ich aber erst mal hin und tausche oben das bord aus denn der bord esp 32 def das ist eigentlich der rohe chip wir haben hier ja ein bord was so d beschriftungen hat das wäre mir dann schon lieber das praktische ist ich sagte ja schon das hier ist quasi docker also zumindest von dem konzept dass man eine konfig datei hat und alles andere läuft im hintergrund ohne dass man merkt was darauf passiert man kann es sich aber natürlich durchaus angucken und wenn man das tut wird man feststellen dass das im prinzip nichts anderes ist als ein kleines skript was im hintergrund platform io aufruft und in platform io einfach nur variablen ausfüllt oder code dinge aktiviert oder inaktiviert und entsprechend ist auch hier oben dieses bord diese definition aus der platform io liste hier mal drauf gehen kommen wir auf die platform io registry können gucken was für ein bord wollen wir denn haben gut holen wir not mcu 32 s das dürfte mal daumen in die richtige richtung gehen so fertig fast wir wollen dass das ding was macht ich werde jetzt mal einfach halten und einfach nur mir hier den einen boot taster holen den abfragen und die on board led bereitstellen das heißt also im prinzip einen schalter eine led oder einen ausgang hier jetzt auf dem bord selber könnte man aber genauso gut irgendein lichtschalter zum beispiel hier dran klemmen an den eingang und statt einer led irgendein transistor oder ein eine größere lampe schaltet dann hätte man halt ein controller für den lichtschalter um das zu machen brauchen wir ein paar komponenten und die finden wir zum glück hier auf der esp home seite wenn wir da noch mal hingehen dann haben wir hier unsere ganzen komponenten ach hier unten ich wollte gerade schon sagen wo ist es denn hin sensor komponenten sind wirklich sensoren was wir suchen sind die binary sensor komponenten also dinge die an oder aus sein können wie wir sehen können es gibt schon ein paar sachen die wir auch nutzen können wir können hier binary sensor einfach nur benutzen mit einem gpe open das ist das was für uns interessant ist wir können aber auch andere sachen nutzen wir können zum beispiel von home assistant selber daten abfragen wenn wir auf was reagieren wollen was irgendein anderer sensor im haus macht oder auch zum beispiel hier esp 32 hat ja touch das können wir ja auch benutzen key matrix alles da wir wollen wie gesagt einfach nur ein gpeo benutzen wir reingehen sehen wir schon living room window on oder off das klingt in etwa nach dem was wir haben wollen wir haben direkt so ein example configuration den können wir in den meisten fällen einfach kopieren und für uns passend anpassen also nehmen wir den mal hier rein binary sensor platform gpo jetzt muss man den pin eingeben wenn ich jetzt noch wüsste wo der boot pin dran ist muss ich gleich mal gucken machen wir erst mal hier auf d23 so als beispiel können im gandingen namen geben nämlich das ist jetzt nicht living room window sondern taster auf dem ding und die device class hier steht window damit wird also unser home assistant gesagt hier ich bin ein fenster der steht jetzt hier nicht bei den configuration variables das hat damit zu tun dass das vom binary sensor kommt wenn wir weiter runter scrollen gibt es auch noch die info wir können internal pull ups verwenden das macht in vielen fällen halt auch sinn zu benutzen könnte man also jetzt nicht auch rein kopieren und diese pin definition ersetzen da ich das mit dem internen schalter hier benutze da weiß ich dass da schon ein pull up auf dem board verbaut ist brauche ich also nicht wir können in werten die bauen solche späße machen mit der klasse wenn wir hier rein gucken die weiß klar die weiß klar auf dem sensor da gibt es dann auch wieder ein hinweis auf die home assistant liste wo man gucken kann okay ich bin eine batterie ich bin ein co melder ich bin ein präsenz melder irgendwie sowas ich glaube nicht dass es irgendwas gibt für das was ich vorhabe das heißt also hier steht ja optional können wir auch einfach weglassen und ich gehe davon aus ohne klasse wird das dann irgendetwas standardmäßig sein wir sehen auch hier er meckert er zieht den d23 an weil er es nicht kennt es ist nur 23 ja wahrscheinlich gut ich gucke mal gerade wo der boot 0 hier drauf ist und wenn ich richtig sehe müsste das gpu 0 sein also schreiben wir mal 0 hin damit haben wir unseren schalter ja schon abgedeckt fehlt noch unsere led die on board led dazu gehen wir mal wieder hier gucken in die entsprechende anleitung und light klingt relativ gut im moment das ist sensor light wir wollen ein output und hier gibt es dann auch eine light komponent ok light komponent gibt es dann wieder verschiedene sachen wir haben einmal binary light das kann an oder aus sein status led die zeigt halt so wlan status an ist aber nicht dafür gedacht dass man steuert für mich aber interessant monochromatic light monochromatic light ist ein dimmbares licht mit einer farbe wir haben eine on board led und die können wir mit sicherheit auch dimmen also nehmen uns das mal hier runter gehen haben auch hier wieder die sache wie das aussieht dafür brauchen nämlich zwei sachen einmal das light selber und einmal das output wo der pin definiert ist können wir übernehmen also kopieren uns mal wieder den ganzen batzen hier kopieren das hier rein nicht pin d1 dann zwei hängt die led bei dem board ids output komponent 1 hier oben referenziert und nicht esp8266 pwm das ist dann halt schon wieder so eine stelle wo es ja ein bisschen chaotisch wird einfach weil es nur versucht die dinge im hintergrund zu verstecken aber nicht überall schafft denn wenn wir halt gucken wir machen hier ein esp8266 pwm damit kann esp32 natürlich nicht viel anfangen gucken wir doch mal esp8266 software pwm das klingt so als ob das das ist was wir benutzen und hier gibt es dann erst den hinweis esp32 sie esp32 led c output ich glaube wir nehmen dann den bereich hier und ja lassen dann das hier dafür benutzen ist halt ein bisschen schade dass das man nicht einheitlich ist über die controller aber meistens findet man es wenn man halt mal eine runde guckt so pin ist gpo 2 haben wir gesagt gpo 2 gpo 2 das heißt wir geben jetzt hier an wir wollen eine ausgabemöglichkeit über diesen led c controller auf dem pin gpo 2 und das ganze nennen wir gpo underscore 2 dann haben wir das licht selber denn das ist erstmal nur ein ausgang der macht noch nichts und beim licht sagen wir wollen das ganze als monochromatisches licht also einfarbig dimmbar auf diesem gpo 2 als ausgang den wir hier definiert haben und das ganze heißt jetzt aktuell kitchen light led auf dem ding so jetzt sind wir fertig können speichern das ganze ist jetzt hier wie wir sehen können test esp32 punkt jammel die liegt auch einfach in diesem konfigurations ordner und die könnte man halt auch genauso ohne probleme einfach auf der text konsole schreiben mit dem editor der wahl das heißt also ja die weboberfläche hilft uns hier nur so ein bisschen zu sortieren und über die hervorhebung halt zu zeigen wo fehler sein könnten was wir jetzt natürlich noch brauchen ist das ganze ja mal vielleicht installieren könnte helfen also nehmen uns mal hier ein passendes kabel und stecken das ganze hier mal in meinen rechner rein hinweis an der stelle es ist egal ob ihr den esp home bei euch auf dem rechner installiert hat oder im netzwerk ihr könnt sowohl die usb ports vom rechner wo es installiert ist als auch die usb ports vom rechner von dem ihr gerade mit dem browser zugreift verwenden um diese dinger zu programmieren gibt eine einschränkung wenn ihr es über das netzwerk macht müsst ihr https konfiguriert haben sonst denen die meisten browsers ab aber in den meisten fällen geht das ich gehe jetzt hier dann auf die punkte und sage einmal validate erstmal nur um sicher zu gehen sehen wir jetzt hier noch mal ok configuration is valid und hier sehen wir noch mal alles was er ausgerechnet hat ok dann gehen wir weiter und installieren das ding mal install jetzt haben wir hier die auswahl wir können entweder manual download dann bekommen wir eine bindeteil die wir beliebig mit unserem esp tool oder ähnlichem installieren können wir können sagen ok ich möchte es installieren auf einem gerät was per usb auf dem rechner angeschlossen ist wo esp home dashboard gestartet wurde ich kann es auf einem usb port machen von dem rechner wo ich gerade den browser offen habe oder wireless wireless braucht aber dass das gerät online ist ist das ja noch nicht also ich gehe mal auf das untere weil wir haben hier ja lokal laufen sehen jetzt hier die usb ports nehme den und jetzt kompiliert und installiert er das ganze wie wir sehen können hier ist auch plattform io jetzt im hintergrund am laufen der kompiliert das esp home sorgt sich komplett darum dass dieses komplette plattform io für euch eingerichtet wird ihr müsst also da nicht irgendwie plattform io vorher auf eurem rechner installiert haben das macht er alles im hintergrund automatisch sehen jetzt hier er kompiliert das ganze mit den funktionen die wir gesagt haben das heißt also mit diesem pwm für leds mit dem dings mit der api hier sehen wir sehr viel neues neues ist dieses verschlüsselungs geding womit der home assistant dann anbindet und am ende kriegen wir hier unser gerät jetzt wird es geflasht und wenn der durch ist dann sollte eigentlich das ding plötzlich auftauchen ok fertig und wir sehen hier schon hier kommen die logs sehen jetzt hier gerade er hat jetzt hier taste auf dem ding gefunden als binary sensor wir haben die led auf dem ding als slide wir haben die ausgabe wahrscheinlich auch hier irgendwo die bitte ja also er hat die ganze hardware vorbereitet starting scan da verbindet er sich jetzt mit dem wlan jetzt ist es da und wir sehen jetzt hier die ip-adresse die er bekommen hat es die 230 der hostname signal strength kanal alles wird hier angezeigt sie noch nochmal die ganzen komponenten und was ganz interessant ist hat mdns gestartet das heißt also wenn ihr eure iot geräte also den esp in dem fall und eurer home assistant im selben netz hat dann hat home assistant jetzt schon die info da ist ein neues gerät und ihr könnt es direkt konfigurieren gucken wir mal komme ich hier meinen home assistant schon rein so ich habe jetzt gerade hier den home assistant mal frisch installiert wenn wir hier in den notifications gucken sehen wir schon neue geräte gefunden und unter anderem findet sich jetzt hier der test esp 32 esp home das dürfte hier der sein gehen wir mal auf configure möchten wir den hinzufügen und was er jetzt hier fragt ist der encryption key hinweis an der stelle wenn ihr das in dem esp direkt installiert hat bin ich mir nicht sicher ob er es überhaupt abtippen müsst hier in dem fall muss ich das einmal machen das heißt wir gehen noch mal hier auf den show api key kopieren den und fügen den hier ein und damit ist dann die verschlüsselte verbindung zwischen unserem home assistant und dem ding hergestellt so finish und er hat es jetzt hier automatisch hinzugefügt test esp 32 wir sehen led auf dem ding an aus und tast auf dem ding ist aktuell an das hat damit zu tun dass der hier invertiert ist müsste man dann eventuell diesen invertier modus auch noch einschalten der war in der konfig drin was können wir jetzt machen wenn ich hier drücke müsste jetzt im home assistant auf ausgehen und passt auf dem ding aus dass auf dem ding an und genauso hier wenn ich die an schalte dann geht die led an wir haben auch gesehen er hat jetzt hier automatisch so nicht direkt hart an sondern so ein und aus faden drin was wir auch machen können wenn es an ist draufklicken und hier dann sagen okay ich möchte das ging herunter dimmen und ja das ist natürlich extrem einfach das hier so umzusetzen wie gesagt gibt noch jede menge sachen die man machen kann hier reingehen können nämlich jetzt hier auch noch mal auf edit gehen und können den binary sensor jetzt mal in werten da hatten wir ja gesehen dass das noch nicht so dass es was wir wollen also krallen wir uns das hier mal und ändern das noch das war blub binary sensor ist pin doppelpunkt 0 gewesen das ändern wir in pin number 0 inverter true können das speichern und jetzt können wir hier natürlich auch ein update machen in dem wir einfach wieder sagen okay in wieso offline ok war nur ein fehler bei der anzeige wie es aussieht wir können mich jetzt hier hingehen und können einfach sagen install und diesmal können wir auch wirelessly installieren ich meine ja es aktuell noch per usb angeschlossen aber das bräuchten wir nicht wir können einfach sagen okay hier mach mal per wlan und der kümmert sich dann um alles nötige kompiliert entsprechend hier neu und nach einem kurzen moment müsst ihr das dann per wlan einmal zum controller übertragen jetzt kommt hier uploading und das würde halt auch gehen wenn das ding halt wirklich nur an der powerbank oder ähnlichem hängt kleinen moment warten roter successful starting log output dauert einen kleinen moment der muss jetzt erstmal wieder hochfahren und dann sollten wir eigentlich weigert sich gerade noch würden auf jeden fall normalerweise kommen und diese logs können wir auch wenn wir draufklicken wirelessly oder über usb abrufen das heißt also wenn wir hier reingehen jetzt geht es auch wenn wir reingehen diese logs kommen jetzt auch übers wlan wenn also die wlan verbindung da ist könnt ihr auch sehen was das ding tut und jetzt wenn wir noch mal rüber gehen sehen wir auch jetzt ist der taste auf dem ding off und wenn wir drücken geht er auf on und das können wir jetzt natürlich in home assistant auch regulär benutzen wir können jetzt hier zum beispiel eine automation anlegen und sagen okay wenn die weiß test esp 32 taster auf dem ding turned on dann möchten wir device test esp 32 nicht flash nicht increase toggle led auf dem ding save led zeugs so und jetzt haben wir eine automation das heißt also wenn ich jetzt hier einmal drücke geht die led an wenn ich noch mal drücke geht die led aus yay das sind so sachen die könnte man natürlich auch mit irgendwelchen skripten und lambdas direkt lokal laufen lassen aber einfach nur um jetzt zu zeigen so was geht halt wie gesagt das war jetzt alles hier über das dashboard wir brauchen dieses dashboard nicht zwingend auch wenn es halt praktisch ist dass man hier jederzeit sehen kann was online ist und was nicht manchmal braucht er hier bei mir einen moment oder hier auch direkt halt logs abrufen editieren kann aber man muss es nicht benutzen wie gesagt wir können hier auch einfach in den config ordner gehen haben hier unsere secrets und unsere test esp 32 und wenn wir jetzt hier reingehen und was können wir noch machen sagen wir mal wollen den namen auf test esp 2333 22 ändern dann können wir das natürlich hier auch tun machen wir mal nur den friendly name und was wir dann machen können ist esp home und hatten ja gesehen es gibt run und bei run geben einfach hinten die konfiguration an die konfigurations datei die wir machen wollen und jetzt macht er das selber auf der konsole was wir eben auch in der gui gemacht haben nur dann halt ohne browser und auch hier fragt er jetzt wollen wir usb benutzen oder over the air machen wir es mal over the air uploading und dann haben wir unsere neue firmware da drauf ihr seht also ist relativ einfach hiermit auf die schnelle mal ein paar sachen rein zu machen und das ist auch so meine erfahrung also alles was man so 0 8 15 zeug sage ich mal hat das geht relativ flott heißt also schalter anbinden leds anbinden das ist alles überhaupt kein problem das ist mit wenigen handgriffen gemacht man schreibt einfach gerade in die konfig datei rein und hat dann sein ding fertig und verschlüsselt an home assistant hier angebunden ist praktisch kann auch sehr mächtig sein allerdings in meinen augen gibt es auch so ein paar probleme zum einen hatte ich immer wieder probleme weil die automatisierungen die hier dabei sind nicht 100 prozent sauber funktioniert hatten gerade wenn man anfängt komplexe sachen zu kombinieren wird das teilweise etwas chaotisch ich hatte beispielsweise an einer stelle getestet ein lc display mit diesen hd controllern zusammen mit ein paar schaltern zu benutzen und ausgängen als led da ist er dann ein bisschen durcheinander gekommen und das hat dazu geführt dass wenn ich einen schalter gedrückt habe plötzlich der text auf dem display weg war ja sehr spaßige dinge was auch teilweise ein problem sein kann nicht bei esp 32 aber wenn ihr noch die älteren esp 8266 habt je nachdem was ihr für welche habt ist wlan da etwas problematisch ich hatte es schon mit mehreren dass die wlan verbindung zu meinem access point dann nicht aufgebaut werden kann das ist kein problem was nur esp home hat das habe ich auch schon bei anderer fertig software gesehen die library sind da etwas picky und wenn man günstige esps kauft ja gibt manchmal probleme was da helfen kann solltet ihr darauf mal stoßen und esp home trotzdem benutzen wollen muss meine datei hin ach so ich habe ja den das dashboard gestoppt ja dann funktioniert das nicht mehr so gut in der gui machen wir das gerade noch mal neu so jetzt können wir auch wieder editieren wenn ihr wlan probleme habt was man machen kann zum einen ist dass hier den ersatz access point und das captive portal rauslöschen das hilft manchmal und was seltsamerweise auch manchmal hilft ist es den debug mode anzuschalten dazu geht man einfach hin und macht hier ein debug doppelpunkt hin ich schätze dass er dann einfach mehr ausgaben macht und das wlan langsamer betreibt und das dann ausreicht um diese situation die das problem auslösten nicht dann auftreten zu lassen ist keine schöne lösung aber in vielen fällen geht's und last but not least was auch manchmal hilft hier oben beim framework typ arduino kann man auch die version angeben wenn es gar nicht anders geht kann man da eine ältere version angeben und dann damit verhindern dass irgendwelche wlan probleme euch das leben schwer machen ich selber habe zu esp home aktuell so ein bisschen hassliebe zum einen es geht halt alles sehr flott deswegen benutze ich halt an einigen stellen auch wo ich weiß okay ich steuere halt nur ein paar leds an und habe vielleicht einen schalter dran auf der anderen seite wie ihr gehört habt ich habe halt auch eine menge probleme damit gerade die wlan thematik ist mäßig gut die probleme wenn man zu viele sensoren kombiniert die gehen mir auf den nerv und ja auch sonst hier das dashboard zum beispiel hatte ich lange zeit den bug dass wenn ich hier auf installieren geklickt habe er die alte version installiert hat also hat es gar nicht neu kompiliert ging dann über die textkonsole aber ja es ist halt teilweise wie soll ich es ausdrücken die software ist nicht so stabil wie ich das für etwas womit ich mein haus steuere gerne hätte trotzdem wie gesagt es kann viele dinge vereinfachen weil man halt direkt was fertiges verschlüsselt ist und so weiter hat es gibt eine relativ große community die auch versucht zu helfen wenn ihr da irgendwo an stellen feststeckt und ja ihr seht ja ich kann hier fleißig meinen taster drücken und man licht dadurch einschalten und genauso gut über den home assistant hier verschlüsselt übers wlan ausschalten kann übers wlan updates machen das würde auch hier auftauchen im dashboard zum beispiel wenn es eine neue version gibt gibt es hier eine info update available klickt man einmal installieren und schon hat man die neueste version drauf kümmert sich wie gesagt im hintergrund um alles und mit etwas glück tut am ende das ganze auch was es soll